Du hast gar keine Krone auf, Knauzeerzähler. Doch! Ne, Ausrufezeichen Discord. Ausrufezeichen... Discord. Hä? Was ist hier am Untergrund? Die Strecke kennt mich auch nicht. Doch, diese Maschine. Darf ich zumindest? Ne, leg sie doch nicht. Sag schon. Sag schon kurz kurz. Wir kommen dann auch wieder nach Duk. Was soll denn? Oh, ich soll. Los, ab in die Röhrenboserei hier. Ja, John ist ein schöner Freund. Wir kommen mit euch. Los, mach doch mal immer den Johnson hier kalt, ey. Meine Güte, muss ich alles alleine machen. Oh, nein! Hey! Ihr geht's runter! Scheiße! Oh! Das ist ein riesen Pfeil, den sollte man gleich gut wahrnehmen, oder? Ich hab' wieder so einen Kraft gefangen. Ich hab' wieder so einen Kraft gefangen. Ich hab' wieder so einen Pfeil! Ich hab' wieder geschneid in welche Richtung noch vor mir sehen. Ich hab' dich schon rausgesirbeln noch. Ja, das ist gut. Juhu! Ja, ne, ich hab' wieder gefallert. Ja, das ist gut. Ist hier wirklich ein Board auf Platz wert? Das ist nicht dein Ernst, ey. Alter! Alter! Ach, ne, klar! Ja, mach's! Mach' mir irgendwas verkauft! Meine Fresse, du hässliche Botfotze! Klauen wir nicht die Items! Ja, John's noch übe, es gehörig hier! Langt die Platz E ins Alter der Items klauen! Ich hab' noch nicht. Klaue! Oh, jetzt kommt Kevin. Meine Güte! Och, ne, ey! Nee! Wer hat sich gerade angefangen? Junge! Bei den Phones hab' ich's mal mit Driften probiert, das hat geklappt. Jetzt hab' ich's weg, schon mit mir nach. Oh, Mann! Oh, oh! Oh, oh! Hehehehe! Schatz! Du Verräterin! Mach' dich vom ersten Platz weg, das bin ich! Was ist meine? Ja! Lusi, los, komm, du rockst es! Komm! Los! Items! Kommt Items! Los, gönnt, gönnt was Gutes, gönnt was Gutes! Kommt, oh ja! Oh ja! Dauert! Nein, ich hab' ja! Ja! Ich hab' den blauen Rechtzeit, äh, die Trompäden rechtzeitig gezündet! Los! Komm! 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 Ja! Ja, Mann! Ah! Ihr Mixer! Auch kein blauer Pamser hält mich auf! Na schau, Platz 7, hä? Wolltest du mich einfach vom Bains wegschießen? Ha 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 ha! Das klappt nicht! Bei Mario Cup, Gott! Ha ha ha! Das klappt nicht! Bei Mario Cup, Gott! Kannst du mich äh... Look for you! Was? Hä? Wer hat jetzt was gefragt? Na ja, dann musst du aus dem Spiel rausgehen! Warte mal! Okay! Warum nicht so weit? Wenn's losgeht! Ja! Ich hab' den Schub-Token-Ringer! Ja! Hier! Mein Freundes-Code! Tun dir schnell Upscreenshotten! Oder whatever! Sagt man ja noch, wenn's losgeht! Ja! Jetzt! Nee, noch nie! Es geht noch nie los! Alles gut! Null! Ich hab's noch immer in der Woche hier diesen ganzen Bumsier-Dinger-Morgen-Geschmüre! Scheiße! So, jetzt! Jaja, ich weiß, ich war grad drin, das hat man beim Freundes-Code den Rest gesehen? Look for you, du brauchst mich jetzt, aber nicht wirklich wie du einen Screenshot machst! Einfach mit dem Handy abknipsen! Im Stream! Würd' ich sagen! Oder spiel's zurück, das geht auch! Ich muss mich konzentrieren jetzt ja schon aufs letzte Rennen! Ich muss jetzt ja... Du kannst da Lerner übertragen nicht zurückspielen! Du kannst da übertragen nicht zurückspielen? Nee! Ja, aber ich hab' dir gesagt, er soll einen Screenshot machen! Das ging! Das ging mal! Ist doch gut, Freundschaftsanfrage ist doch halt abgarten! Oh, Ronny, das war ganz knapp! Boah! Was macht denn du jetzt wieder? Du, ey, ich hab' ein... Ja, ich hab' ein... Ja, wer einer lässt nur seinen Scheiß fallen hier! Hahahaha! Hahahaha! Das wird doch noch drüber! In deiner eigenen Strecke! Hä? Was denn die Macke? Das ist meine Strecke! Das ist meine Strecke! Kann sich mal jemand um's Platz eins kümmern? Er kann grad nicht, ich muss mich um's siebten Platz kümmern, sorry! Ey, das ist nicht freundlich, Feuer von hinten zu werfen? Ja, da würde ich deine Hofen. Ne, ich brauch kein Feuer, ich hab eh... Ah, Jesus! Schön wieder! Schied jetzt immer! Oh, Schatz, was ist denn? Ne, weg! Ach, kann ich kommen mit Schatz und Blödsinn? Ne, ich mach das! Ja, nein! In der letzten Runde kommt der Wixer aus einem Loch gekrochen, weißt du? Oh, nein! Wer hat den scheiß blauen hier... F*** dich doch! Schatz, warst du das nicht? Wer hat den blauen geschossen? Wer war das? Hab ich mich jetzt aus dem Chat rausgeschießen? Nein. Okay! Ich hab versucht da gerade mit mir nicht mehr zu reden. Hahahaha! Oder Marcel, oder Marcel, oder was? Oh, so schön! Ist mir egal! Ne, ne, der ist hier vorne! Du weißt doch, vergiss es! Ich bin die Nummer eins! Hahahaha! 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 Ich hab gewonnen, Mann! Den ganzen Kampf! Ich bin der King, der mit der Krone! Oh, ne, ma, ist weg! Oh, wollen sie den König rausschmeißen? Wollen sie ihn rausschmeißen, König? Den einzig waren! Na? Nix ist nix! Was denn, ist noch ne Runde? Hä? Oh, das jetzt noch nie rennt, ach! Ja, da kannst du was einlassen, um einfach zu kicken, bloß weil ich besser bin wie alle anderen? Oh! 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 Droschatz, wo bist denn du hier in der Lüste? Ach! Unter mir! Hahaha! Ich hab gerade großen Sicherheitsabstand, ich kann gerade mutig sein! Jo, mach ich! Ich nehm dann an! Scheiße, ich dachte jetzt wirklich, das war die letzte Runde, ey! Oh! Was feigst du schon wieder zur Scheiße? Was lass'n du jetzt, Schatz? Was hab' ich denn verpasst? Hat er ja unendlich eingestellt, oder was? Nee! Nee, das ist die letzte Runde! Nein, lautet doch nicht schon wieder Zeug hier! Und Fecho! Knöner, wievieh Runden hast'n du eingestellt?! Ich hab's nicht hingestellt! Was?! Scheiße! Nein, nein! Und steifeln! Ohhhh! Blähn, schwarz und hässlich. Meine Fresse, wieso zündet's denn das scheiß Ding hier unter Luft? Da wollt ich mich jetzt wegkrammen. Der Einert hier, ey. Oh, jetzt ganz zwischen Kevin und Susi. Denk ich mal lieber. Vor allem, die Geier, der Einert hier mit seinen scheiß drei röten Panzern. Oh, ne, Vivian, ist das jetzt Chantal, ey. Was soll das? Oh. Wollt ihr mal innen den Johnson mit einem blauen Panzer? Jedes Mal gibt's blaue Panzer, wenn ich auf der ins bin. Aber wenn der auf der ins ist, nö, nö, nö. Evo, schieß mal keinen. Was denkst du, wie viel rote Panzer ist denn der blaue Panzer schon reingedickt? Oh, jetzt kommt endlich mein Inner. Na bitte. Und wegesnipen. Boom. Los, los. Boah. Ja, komm. Nein. Was ist denn das, ey? Ich hab doch diesen Winzer weggeschossen. Und Blitz kam da oben. Meine Fresse, ey. Fick de scheiße. Also krass, du mich hätt echt vorm Schluss noch mal eingeholt, du Sau. Ich war die ganze Zeit Antjo. Was hättest denn eingeholt? Da war ja nicht schwer. Oh, bist du auf die 5 gerutscht? Oh, jetzt hat die 1 gerutscht. Na! Wieso Silberner Pokal? Wer weiß, die 1, 2, 3. Du wichst, oder? Ja, natürlich, der scheiß Dreißer! Fischer! Hahaha Wir schalten in die Werbung, oder? Oh, ne. Kannst du schnell freundlich das Bremskranzwager annehmen, Marcel? Ja. Mach grad vor, wie der ist aus der Hand. Ganz raus, der Hand aus dem Haus raus. Oooooohhhhhh, Scheiße! Schließ die Tür ab, Susi! Susi, unsere Männer... Susi, unsere Männer nehm ich nicht viel, ne? Ja! Susi, beim nächsten Mario Kart Abend, da müssen wir unbedingt, oder mit dir unbedingt die Absprache treffen, da du und Vini in einem Haus sind und Marcel und Roni in einem. Oh Gott! Ja, aber das wär gesünder! Für uns ja! Also für uns stimmt, aber welche Haushalte? Ne, wir wollen keinen renovieren, ne? Und ihr müsst nicht das Glück machen, in welchem Haus die Männer sind. Neee! Obwohl wir brauchen den Vierraum, keine Lust! Hat einer von euch ne Gartenhütte oder sowas? Irgend so ne Kühle in der Laube oder sowas? Ah, das wärs, das schick mit... Er kommt schon... Meiner ist noch spurlos verschwunden! Wie kannst du denn jetzt immer schnell die Freundschaftsanfrage annehmen? Jetzt ist er wieder toll! Weißt du was du bist, Jona? Du bist so ein Typ, dass eine Großmutter verkaufen würde! So Irna bist du! Neee! Ich mag meine Oma, die macht immer leckeres Essen und Kekse! Jaa, Mensch! Jaa, Mensch! Jona, du, Klaus, kleinen Kinder, Leute! Du bist so einer! Dreckschwein! Klar! Du verkaufst deine Großmutter für 10 Euro! Oder mit der Kasten... 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 Schwanerei sowas! So, wähle, das liked jemand das Video bei YouTube! Da gibt's Stress! Ich bin raus, wo ihr wohnt! Alle einen Daumen runter da lassen für DJ Johnson! Danke! Mein Mann ist auch wieder gef... Mein Mann ist auch wieder gef...